Die Endnote für diesen Sena-Artikel ist 9 von 10 Punkten. In dieser Auswahl ist es das Beste. Die Stärken sind Tonqualität, Qualität, Haltbarkeit, Wärmeleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Genauigkeit. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Dieser Artikel von Sena wurde mit 8 von insgesamt 10 Punkten bewertet. Es ist das exklusivste in dieser Auswahl. Seine Eigenschaften sind Tonqualität, Wasserdicht, Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Die Endnote für dieses Sena-Produkt ist 9 von 10 Punkten. In dieser Auswahl ist es das Billigste. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt. Tonqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Lautstärkeregelung, Geräuschbegel. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Die abschließende Bewertung dieses Sena-Artikels ist 8 von insgesamt 10 Punkten. Es ist derzeit das naheliegendste in dieser Auswahl. Seine Funktionalitäten sind Tonqualität, Wasserdicht, Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Dieses von Schubert hergestellte Produkt erhielt 8 von 10 Gesamtpunkten. Im Moment scheint es am meisten verschenkt zu werden. Es ist ein sehr effizientes und vielseitiges Produkt, das einzigartige Leistungen bietet. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.